Alter, wer hängt denn hier hinten rum und wartet auf Fallschirme? Ja, es killt den Servs. Ja, natürlich. Oh Gott, dann respawn soon, du scheiß LKW. Aber um die Frage zu beantworten, ja, wir haben... Das dauert auch mal fünf Minuten. Ein Squad. Dicke Eiermann, komm mit Friedhelmann. Ach, ihr seid beide da, das ist ja perfekt, dann kann ich nämlich jetzt verspawnen. Ey, hier liegt massig Munition oder so auf dem Boden. Ja, nimm mit. Ich hatte die Frage, wofür, ne? Klauer. Ich hab überhaupt nichts geklaut. Dann ist sie despawnt. Ja, dann ist sie despawnt, das kommt schon mal vor, ja. So. Wer will mit, ich nimm einen Hunter. Ja, ja, ich bin, ich warte diesmal hier direkt am Heli. Ich nimm einen Hunter, das ist ein Auto. Äh, moch. Geht hier. Ich warte halt direkt am Auto. Kannst auch einfach jetzt zusteigen. Ne, das ist mir zu aufwendig. Jetzt zusteigen, letzte Möglichkeit. Kann man auch von da oben ballern? Nein, nein. Den Hunter mit dem HMG drauf, den kann ich nur nicht. Geil, der hat ne Heckkamera. Ja, hat er. Wie geil ist das denn? Das ist ja auch ein Panzer. Boah, da steht ein Quad auf der Straße. Warum steht da ein verdammtes Quad auf der Straße? Wir haben ja schon mal, ähm, eine Sportlimo in Arma gefahren. Boah, das ist so scheiße. Die hat irgendwie, die hat irgendwie drei, vier Kameras. Die hat ja auch Außenspiegel als Kameras. Ja. Erst bei 3.0 war es Kieletting. Fahr mal denn hin. Kann man auf die Burg fahren? Oh ja. Was ist mit der LRPS-Mitrober? Ich hab eins dabei. Würde ich eher für die Saphir nehmen. Dann krieg ich dann SOS. Die hat nur ein RCO drauf. Und das geht auch. Wow, voll die scharfe Bremse, ey. Also mit dem Ding kann ich fahren. Das ist nicht das Problem. Das Ding hast du ja oft mit trainiert, ne? So oft hab ich das gar nicht trainiert. Aber ich find, der fährt sich einfach sehr angenehm. Ja. Ich mach meinen IFRI doch dann lieber. Teilweise. Und die IFRIs, die sehen einfach scheiße aus. Es tut mir leid. Hier oben steht übrigens ein HMG hier, ja. Also ein blauer HMG. Und Strider find ich halt noch geiler, weil Strider einfach... Er ist quasi unzerstörbar, ja, ja. Richtig. Wobei ich hab's da schon mal geschafft, mit der Saphir rausgeschossen zu werden. Ja, wenn du den genau auf die Scheibe triffst, dann geht das auch. Aber an sich ist das Ding unzerstörbar. Ich wurde in so einem scheiß Teil in Alpeslein auch schon von knapp 20 Leuten belagert. Aber die haben mich ja nicht rausgeschossen bekommen. Und die einfach so doof waren, auf die Scheibe zu zählen. Bis dann irgendwann mal einer auf die Idee kam, dann eine 762 zu nehmen. Weiß nicht, was du machen sollst, Kev? Bock, 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 Bock. Wir haben gleich wahrscheinlich Besuch da oben. Ja, ja, ich seh da, ich na, hör das schon. Fahr erstmal rum, ne? Noch nicht absetzen. Ne, ne, rum hier drinnen sitzen bleiben, ne? Na ja, hinter uns seh ich noch nichts. Kann sein, dass der hier oben runtergegangen ist. Positiv. Und den Motor ausdrehen. Ne, der ist unten gelandet. Aber da liegt einer, oder? Ne. Warte, ich check aus. Bleib mal drin. Niemand da. Hi. Rauskommen, wo mehrt? Jupp. Kommst du dir hoch? Bin ganz oben jetzt. So, Nico, dann kriegst du dein RCO. Irgendwo hier unten wird geballert. Direkt hier. Im Turm. Turm? Du hast dich am Freitag gehauen. Wie? Leg dich hin, leg dich hin, Romjad. Okay, er hat beides zweifelvergürterung, ne? Aber so habe ich wenigstens noch ein... Ja, da ist ein... Da kommt ein Hunter in Belch runtergefahren, ganz hinten. Da hinten links von euch auf dem Turm. Hier bei der Burg, da ist einer drauf. Langsam. In der Burg, oder was? Ja, hier, wo ich unten stehe, hinten, wo ich drauf gucke. Da hinten, da hinten, da... Zwei Stück, zwei Stück. Habe ich noch nicht gesehen. In Deckung gegangen, ja? Ja. Und zwar ganz rechts außen. Ja gut, dafür habe ich... Dafür habe ich nicht beschissenes Scope jetzt. Ja, warte. Ne, ist okay. Lass, lass, lass. Bist ja drauf. Ich bin tot. Und wo? Äh, von 1298 Metern. Mit einer... HMG. Ist das runter? Ich werde beschossen. Ich weiß aber nicht schon wo. Ja, ja, das ist die... Das ist das HMG. Netter Versuch, du triffst mich dich, du Honk. Ah, ich weiß von wo. Der steht da hinten irgendwo am Strand. Er kommt runter. Immer noch kein Spawntruck übrigens. War aber noch einer, ne? Ja, der ist gerade die Treppe runter. Da unten läuft er. Oh! Scheiß, Scope getroffen. 62% nur noch. Scheiße, ich kann mich jetzt nicht um den Typen kümmern, weil ich werde von irgendwo beballert. Ja, das ist das HMG. Okay, was dich da beballert. Du warst da runtergefallen, Romer. Ich springe da runter einfach. Warte, 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 warte. Nicht runter springen, nicht runter springen. Warte noch eine Minute. Ich bin drinne. Ich bin drinne. Puh. Guckt, dass ihr mit dem Hunter irgendwo hinten an die Burg rankommt. Idiot. Was war das hier? Der hat sich, glaube ich, selbst mitgekillt. Der Typ stand hier direkt um die Ecke. Aber... Ja, der hat sich selbst umgebracht. Lappen! Ja, der stand rechts hier um die Ecke. Pablo Escobar wurde getötet. Er wartet am Sporn auf mich. Kev, aber sich hauen ist auch nicht gut, das weißt du, ne? Selbstverteidigung, okay, aber nicht provozieren, dass man geschlagen wird. Das ist sowieso bei uns momentan ganz lustig. Ich habe ja erzählt gehabt, dass ich ja vorhin mal netto war, ne? Ja. Ein Kollege von mir so zu mir gesagt, ja, hier hast du schon gesehen, die Flüchtlingsunterkunft direkt rechts neben dem Obstladen. Nee, wieso? Ja, wie so ein großes Schaufenster, wenn du dran vorbeiläufst, das sieht aus wie so eine Tierhandlung. Ich denke mir so, alles klar. Kommt hier? Nie drauf geachtet. Guck so, lauf halt von netto wieder nach Hause, lauf da dran vorbei. Denk mir so, alles klar. Wer bist du denn? Darf ich dich mitnehmen? Ich strecke mich ein, Quater. Alter. Was ist das hier? Jetzt. Ich bin drin. Dann fliegen wir los. Ich konnte erst nicht einsteigen. Dann fliegen wir los. Moment, die Stimme kommt mir bekannt vor. Peter von hinten. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Nico, kommst du jetzt rein oder nicht? Nee, der Peter von hinten, der nervt mich. Können wir ihn bitte hier lassen? Ich kriege den ja schlecht aus dem Medien raus. Ich kann den ja schlecht mal eben raustreten. Das ist 200 pro der Punisher. Was? Der Peter von hinten? Ja. Kev, ist das mal so. Verteidigen ist okay. Genauso wie den Typen festhalten. Aber beim nächsten Mal versucht ihr festzuhalten und einer von euch in Leere zu holen oder keine Ahnung was. Weil draufschlagen... Peter! Peter! Ja. Ist pallischer. Da ist Aron im Relay. Doch, sagen wir Aron? Ja. Ich komme gerade bei dem Nachnamen. Ich höre, wenn man abspringen soll, dann wird es landen. Ja, das ist Punisher. Alles klar. Bitte! Bitte! Ja. Ist schon gut wie hoch. Das ist alles so laut hier. Dann macht die Irrflag dann. Haffi! Haffi! Wir werden beschossen! Wir werden beschossen! Das kann sie knicken. Das kann sie knicken. Ja, aber diesmal habe ich ihn abgefangen. Vier Leute. Vier Leute. Da oben oder was? 84 vieles noch. Entschuldigung. Lande mal mit hier oben bei dem Mohawk. Ja. Ich gucke, dass ich irgendwie über die Stadt komme gerade. Dann müsst ihr, äh, tut mal landen, sicher. Geht aufm... Da unten sind auch wieder welche. Nicht hier landen. Wo sind welche? Ich sehe keinen. Ja, wir werden geballert. Lauf! Äh, vorhin flieg! Nein, scheiße! Ah, wir leben noch! Raus, 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 weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf! Einfach weg, einfach weg, einfach weg. Es steht wieder ein HMG auf dem Berg. Ich hab beschossen, ich hab beschossen. Fuck! Ja, egal. Ich bin tot. Einfach weglaufen, Rumi. Ja, ich bin tot. Bringt mir ja nichts, wegzulaufen, wenn die ganze Zeit auf mich Dauerfeuer ist. Ja, du bist auch in Richtung Feind gelaufen. Ich bin wieder HMGs auf dem Berg drauf. Wie blöd. Hull ich mir jetzt weg, die Säue, ey. Wo ist denn der Peter von hinten? Boah, ich nichts. Was ist das denn für eine Schule? Das hat er ja überlegt. Das ist ein Direktor, ey. Sicher, dass der Peter von hinten Punisher ist? Weil der ist in einem anderen Squad. Nein, nein, das ist Punisher, definitiv. Ich hab mir noch eine Stimme erkannt. Pass auf, ich schreibe dir jetzt mal das Team an. Jetzt frage ich mich mal, warum eigentlich Peter von hinten? Warum der Name Peter von hinten? Wenn er da auf eine Antwort gibt, dann kann ich dir zu 100% sagen, dass er es ist. Keine Ahnung, haha. Also, ja, er ist es. Dann schreib ihm mal, er soll ins Squad reinkommen. Warum hab ich mir jetzt ein Pick-up gekauft? Bin ich doof, ey. Ging gerade nicht. Ja, der ist auf... Das Ding ist privat. Ein Einladen gekommen. Ich hab ihn noch eingeladen. Da, ist er drin. Jetzt gibt's noch dieses Squad-Gelaber, ne? Global Channel, Side Channel, Group Channel. Group gibt's. Group gibt's. Alles klar. Ja, er ist drin. Hallo? 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 Und jetzt den Penis in die Hand und alles wird gut. Hallo? Hallo? Der ist aber unter der Lesben. Oh Gott. Weißt du? Hast du jetzt gefragt, ist das die Runde der Lesben? Hör mal, du heißt Peter von hinten. Nicht wir. Du tust aber so in Verbindung gesetzen. Ich hab'n... Das ist mein Nachname, der ist normal. Hallo. Hallo. Nachname, verstehst du? Nachname. Von hinten. Ach, ha, ha, ha. Komm' mir hier, Alter. Nein, das ist Little. Nein, 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 nein. Nein, mit dem fliege ich nicht. Der ist mir zu... Der hat uns abgekillt. Okay. Ich bin rausgesprungen. Der hat vorhin random einfach auf uns herumgerollert. Ich bin rausgebrannt. Ja, genau der Chaos. Äh, unser Spawn-LKW steht unter Beschuss? Ja, wahrscheinlich von einem von den Huntern. Oh, hier ist ein Strider. Ja, ich bin schon tot. Scheiße, du warst unter Beschuss, ne? Ja. Kann man den Wetschen nicht, wenn der so. Ich bin wieder überall Hunter-HMG rum. Äh, es ist so nervig. Ja, wo bleibt ihr denn? Ich fand das so alleine. So, 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 so... Wenig los hier. Alter, fantastisch. Okay, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Ah! Nico, du musst dir jetzt echt mal einstellen, dass du dich selber mutest. Nein, nein. Wenn du in Gruppen-Chat sprichst. Nein, nein. Sonst wird man dich nämlich immer doppelt. Mir egal, mir egal. Hä? Ihre Portierung findet am 30.12.2015 statt. Ihre neue Rufnummer lautet und wird am 19.12.2015 geschaltet. Ich habe das eigentlich so eingestellt, dass ich mich gemutet habe dann, aber irgendwie macht er das nicht. Ich hab halt meinen, äh... Ingame sprechend auf einer Maustaste liegen. Ich hab halt meinen, äh... Ingame sprechend auf einer Maustaste liegen. Ingame sprechend auf einer Maustaste liegen. Ich hab hier einen Sniper bei mir. Aber die haben welche dabei. Einfach klauen. Optionen... Äh! Was? Nein! 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 Stopp! Hotkeys! Ist das? Oh! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Ewig! Hotkeys zugewiesen. Wie kann ich den jetzt zuweisen? Wie kann ich den jetzt zuweisen hier? Wie kann ich den jetzt zuweisen hier? Kommt hier ein Hunter-AMG haben wir vorbeigefahren, ey! Hm. Oh, das war super ein Crash. Ich bin gerade auch auf Hunter-Jagd. Nope. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Mikrofon muted. So, jetzt geht das bei mir auch. Jetzt hört man mich in-game, aber nicht mehr im Team-Speak. Oh, oh, oh! Mikrofon activated. Geil! Komm wir gleich. Ich hab Nasenblut bekommen. Das ist aber nicht gut. Da hat man einen zu hohen Blutdruck, oder? Nico gibt es jetzt zweimal. Warum gibt es Nico zweimal? Was? Ich bin zweimal da. Alter, wer macht der hier komische Räuche? Ich will mal Racketenwerfer nehmen. Alter, warum schreist du hier so rum? Was? Hier schreit einer voll rum. Was schreit der? Guck, der bewegt seinen Mund. Hahahaha! Rett hier oben wie ein Hündchen! Baaack! Baaack, baaack, baaack! Hündchen. Ich schwöre, der steht vor mir so, baaack! Baaaack, baaack, baaack, baaaack! Hunter-Hmg. Außerhalb der Stadt. Wie sieht's denn aus? Spawn-LKW wieder sicher? Keine Ahnung. Muss ich's testen. Kannst du dich jetzt mal hinlegen, wenn ich dir sage, leg dich hin? Blöd Mann. Ähm, beim Drücken der Taste, ne? Oh. Musst du denn zweimal drücken, um das wieder zu aktivieren? Was war das? Der Sack hat dich gespottet, ey. Äh, nein, ich mein Chaos. Was denn? Dass du zweimal drücken musst. Zweimal drücken? Ja. Dass wenn du Caps Lock drückst, sozusagen, dass du dann zweimal drücken musst, also Caps Lock drücken musst. Nein, nein. Einmal drücken, um es zu muten im Teamspeak, aber ingame zu sprechen. Und nochmal kurz drücken, um wieder Teamspeak zu aktivieren. Auch nicht. Ich hab die Taste so belegt, dass wenn ich sie gedrückt hab...